Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal von www.derselbermacherblog.de Mein Name ist Dennis Deutschmann. Hallo und herzlich willkommen auf www.derselbermacherblog.de Auf meiner Internetseite gibt es viele tolle und interessante Projekte zum Selbermachen und Inspirieren lassen. Wenn euch ein halber Liter Wasser nicht reicht, dann könnt ihr natürlich auch viel mehr machen. Regelmäßig kommen weitere spannende Projekte hinzu. Neben Wein herstellen, Bier brauen, Sauerkraut stampfen oder Käse selber machen, ist die Imkerei ein großes Thema auf diesem Kanal. Schau gern immer mal wieder herein, um zu sehen, was es Neues gibt. Am einfachsten geht das, wenn du auf Abonnieren klickst. Besuch auch mal meinen Blog unter www.derselbermacherblog.de Viel Spaß und wir sehen uns!